Also wir haben hier Richard und Fernandell im kleinen Auslauf. Sie sagen sich gar nichts. Fernandell, komm her. Er hat schon einmal mit Rüden gelebt, deswegen weiß ich, dass er verträglich ist. Der Richard ist das auch. Wir haben das schon geprüft. Also der Richard ist halt leider super gestresst und muss an, haben wir jetzt am Prüfgeschirr, am Halsband geht das überhaupt nicht mit ihm. Also die zwei sind ja sicher nicht Best Friends, die haben sich das erste Mal heute gesehen. Und wir werden jetzt, solange der Fernandell noch hier ist, werden wir jeden Tag ein bisschen was üben mit ihm. Aber wie gesagt, Richard ist leider sehr, sehr gestresst. Wenn der mal ein Zuhause hat, wo er regelmäßig spazieren geht, wo er jemanden als Besitzer hat, wird das sicher was anderes. Das ist ein ganz toller Hund, der Richard. So, wir haben ihm jetzt die Leine freigegeben, dass er auch freilaufen kann. Also das sind die beiden im Freilauf. Sie ignorieren sich ein bisschen. Ja, Fernandell hat vielleicht ein bisschen Angst, aber nicht wirklich. Also ja, gelten ein bisschen gut.